Guck mal, probieren wir es einmal. Na ja, okay, ich habe es noch einmal in den Essen. Sieh mir gemacht. Machen wir eine bunte Spree. Schauen wir mal, ob da was geht. Okay. Too fast, okay? Ist nie da. Ich mache ein Schuss von mir. Danke, Tobias. Shit! In der Nebenkunft. Hat nicht klappt. Shit, ist das gefährlich. Raus damit. Weg damit. Ja, ich hätte etwas auf den Torschuss können. Nicht, weil gerade gestanden wäre. Jetzt da, ein neuer Torschuss. Warte, einer hat ihn da wuschen. Und, jetzt ist er drinnen, endlich. Der ist nicht so sicher, der Tassels. Das habe ich gerade gesehen, da hinten ist. Der ist ein bisschen schlechterisch. Bei der Schollern weiß ich nicht. Der könnte besser sein. Der hat es hoch rausgekaut. Nein! Scheiße! Hast du das gesehen? Der ist gar nicht so schlechter Tassels. Der hat einen guten Burtelbaum reingemacht. Du Falski, ja? Schütz! Was mache ich denn für einen Scheiß? Eis! Das gibt es doch nicht! Ich habe jetzt schon an den Tor geschossen. Das war jetzt mein Fehler. Sorry. Die Trumpf ist auf einmal auf, gell, die Jungs. Haben sie so schwach spult? Ich fahr vor. Tobi, wir dürfen nicht gegeneinander spielen. Wir müssen miteinander spielen. Und einer muss fast hinten bleiben. Das können wir zu zweifach nicht anders bringen. Oh nein, so nicht. Oh, 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 schon wieder laupte. Das ist ja Wahnsinn. So nicht. Das gibt es doch nicht. Die machen ein Powerplay von dem Tor. Ja, aber... Ja, aber... Ja, aber... Fernschuss und? Reicht! 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 Nicht der Wuschen, Gott sei Dank. Ich will das mit vollem Rauch hat, aber einfach einen Fernschuss mehr probiert jetzt. Er hat nicht mehr ganz der Wuschen. Er hat wohl jetzt auch bei einer Eingang. Nein, das ist die einzige Chance. Ich habe jetzt gedacht, das muss ich einen Fernschuss machen. Jetzt ist es schon schön gerade vom Tor. Es hat wohl eine Chance. Er hat noch eine Chance. Ist es nicht mehr so gut. Oh! 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 Ich komme nicht mehr zurück. Ich schaffe es nicht mehr, weil ich von ganz hinten gestartet bin und der ein bisschen Schub, was ich immer gehabt habe, unterwegs, reicht nicht mehr, dass ich hinkomme. Ich bin nicht mehr ganz hinkommen. Du fährst, gell? Der Tassus hat es schon wieder. Jetzt spielt er nicht so schlecht, der Tassus. Jetzt da aber so nicht, gell? Mit mir nicht. Mit mir nicht. Ruzi, fünfmal ist er schon wieder von so einem Tor. Ja, gut. Super. Jetzt haben wir wenigstens 3,3. Jetzt müssen wir noch mal dran. Meister Tobi. Ist doch der Meister. Die Frage, gell? Oh, Latte! Das hätte jetzt natürlich getaugt, wenn wir zu einer Führung endlich gekommen wären. Aber es hat leider nicht geklappt. Jetzt noch mal. Scheiße, der holt ihn raus, der Tup. Ey, du bist so, ich halte ihn auf hinein, gell? Scheiße! Jetzt soll der Tor schießen. Was machst du denn gerade? Also machst du ja gerade die Kräfte messen zu zweit. Jetzt schießen du, ich halte ihn auch noch. Aaaaaaaah! Scheiße! Nein! So wie machen wir uns zu? Scheiße, das hat noch einen rausgeholt. Der dutschen. So haben wir wieder gegen die Verlegerwungen, die ich hasse es. Du bist näher, gell? Du musst zu. weg damit super Geil! Sieg! Punktespieler ist mein Brunner. Endlich mal, ja. Lang genug. Das hat wirklich lang genug gedauert.